Was sind überhaupt Proteine und wofür sind sie zuständig? Proteine sind elementare Baustoffe des menschlichen Körpers bzw. allen Lebens. Sie bilden die Grundlage jeder Zelle im Körper und haben wichtige Schlüsselfunktionen. Was sind Aminosäuren und was sollte ich darüber wissen? Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Du hast bestimmt schon etwas über Aminosäuren gehört. Welche Proteinarten gibt es und was sind die Vorteile von Erbsenprotein? Grundsätzlich unterscheidet man im Bereich der Nahrungsergänzung in tierisches und pflanzliches. Eiweiß, Erbsenprotein und Muskelaufbau Was muss ich beachten? Grundsätzlich gilt beim Muskelaufbau, der Körper benötigt genügend Proteine als Bausteine für die Muskeln. Warum erleichtert eine Erbsenprotein jedes Abnehmen? Eiweißhaltige Lebensmittel sind sehr sättigend und dein Körper wird dir so lange ein Hungergefühl signalisieren, bis die Eiweißspeicher gefüllt sind. Wenn du kein Eiweiß zu dir nimmst, nimmst du höchstwahrscheinlich unnötig viele Kalorien zu dir. Was kostet Erbsenprotein? Erbsenprotein in Form von Pulver ist für ca. 10-60 Euro erhältlich. Dabei kommt es vor allem auf die Packungsgröße und den Hersteller an. Es ist genauso gut möglich für 1000 Gramm 15 Euro zu bezahlen wie für 500 Gramm 50 Euro zu bezahlen. Wo kann ich Erbsenprotein kaufen? Erbsenprotein ist im Einzelhandel, in vielen Fachgeschäften für Nahrungsergänzungsmittel aber auch in fast allen Online-Shops erhältlich. Die Nahrungsergänzungsmittel, Sportler-Nahrung oder Gesundheitsprodukte, vor allem für Veganer, vertreiben. Dazu zählt natürlich auch Amazon. Welche Alternativen gibt es zu Erbsenprotein? Grundsätzlich gibt es eine enorme Anzahl an Alternativen für Erbsenprotein. Es kommt lediglich auf deine Ernährungspräferenz oder eine etwaige Unverträglichkeit an. Wenn es darum geht, dich für ein passendes Proteinprodukt zu entscheiden. Was ist Erbsenproteinpulver und was sind seine Vor- und Nachteile? In der Regel werden zur Herstellung von Erbsenproteinpulver gelbe Erbsen verwendet. Diese werden zuerst zu Erbsenmehl gemahlen. Dann wird das Protein abgetrennt und das gewonnene Pulver getrocknet. Was sind Erbsenproteinriegel und was sind ihre Vor- und Nachteile? Erbsenproteinriegel kannst du dir wie normale Riegel vorstellen. Diese zeichnen sich aber durch besonders gute Nährwerte aus und sind ebenfalls mit Erbsenprotein und in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Wie hoch ist der tägliche Eiweißbedarf und kann ich ihn mit Erbsenprotein decken? Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wird für Frauen und Männer ein täglicher Richtwert von etwa 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht geraten. Wann darf ich Erbsenprotein nicht einnehmen? Grundsätzlich solltest du Erbsenprotein nicht einnehmen. Wenn du auf einen oder mehrere der enthaltenen Inhaltsstoffe allergisch reagierst, da Erbsenprotein. Aber in der Regel Allergenarm ist und vor allem für Allergiker und Veganer geeignet ist, sollte es hier wenig Probleme geben. Dann Dann